Zwing mich nicht dahin zu gehen. Du kannst mich doch weiter zu Hause unterrichten. Du weißt alles, was ich weiß. Keine Widerrede. Wir haben das Adnoseam diskutiert. Was heißt Adnoseam? Ach, das weißt du nicht? Tja, da muss wohl jemand zur Schule gehen. Wer kann mir sagen, was 3 plus 3 ist? Jeder weiß, dass es 6 ist. Mary, kannst du mir vielleicht sagen, was 57 mal 135 ist? Okay, wer kann mir sagen... 7.695. Ich wüsste gern, was Adnoseam heißt. Ich denke, Ihre Nichte könnte hochbegabt sein. Es gibt spezielle Schulen. Nein, ich habe meiner Schwester versprochen, dass Mary ein normales Leben hat. Wer ist die Frau vor unserer Haustür? Das dürfte deine Großmutter sein. Heilige Scheiße. Das ist dein Macbook, Darling. Weshalb bist du hier? Du verweigerst ihr, ihr Potenzial auszuschöpfen. Wie viele 7-Jährige beherrschen höhere Mathematik? Sie hatten das Minus vor dem Exponenten vergessen. Mary, warum hast du nichts gesagt? Frank sagt, korrigiere nicht immer ältere Leute. Das macht man nicht. Niemand mag Klugscheißer. Wir beantragen meiner Mandantin, das volle Sorgerecht zu übertragen. Nein! Mary! Mary! Ich warne dich, wenn irgendjemand das Baby wegnimmt, ersticke ich dich, während du schläfst. ach, die nicht immer kann,